Hallo und herzlich Willkommen zu Koromon. Laut dem, was ich so gesehen habe, ist das so wie Pokémon. Ich bin gespannt, wie das ist. Ganz schön laut die Musik. Möchten Sie die schnellen Übungskämpfe aufzuwählen? Dann machen wir mal. Ich habe eine Hüte drauf. 41, 43. Hm. Das ist sicher ein Buss. Ich schaue das zu bringen. Lüftige Wolke. Lüftige Wolke. Lüftige Wolke. Angelegenheit. Lüftige Wolke. Ah, jetzt seh ich endlich auf. Ein bisschen doof, lecker, aber egal. Ist das mal dann? Wow. Das ist nice. Wie viel? Jetzt bin ich genau davor. Jetzt kann ich nicht das, was ich bekomme. Klopf, klopf. Was hast du gemacht? Er hat immer das Zeugklapper gegen das Bett gelaufen. Ja, ich hör keinen Wecker. Aha, ein Arbeitstag, ja. Ja, ich hör keinen Wecker. Ich bin nicht so lecker. Ich bin nicht so lecker. Ich bin nicht so lecker. generatoren jetzt geht es los das ist gesund mit weiblich mit kleid das ist es hier trans-gender irgendwas das hier ich check's langsam ja man der hier ähm das zu einer für so nennen wir also diese wendig künstler weiblich machen ja von der anderen seite sehen wir können uns drehen machen sich gerade Ich bin Bart? Jo, Mann. Was ist das? Ich bin den letzten Partner. Keine Ahnung, bleib jetzt dabei. Wir sind schon alt. Wozu sich die Haare ausrufen, wenn man Edelwünsche trägt? Was ist das? Was ist das? Ich sehe toll aus. Jo, und ob. Mein Name ist Heinrich der Dritte. Speichert, gespeichert. Nice. Ich kann das Symbol unter mir gar nicht erkennen, was ich da habe. So. Machen wir erstmal kurz Pause hier. Ich muss mein Bild da irgendwie mal korrigieren. So. 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 So.